Ja Leute, herzlich willkommen zurück zu GTA 4. Hm. Okay. Aber ich würde sagen, wir kümmern uns erst mal noch um Roman. Vorerst zumindest. Hm, hm, hm. Hohoho, du schlägst aus. Schau für das! Ich werde den Schein in einen Moment schrauben. Warum nicht du dich selbst schrauben? Komm schon, raus! Ich werde deinen Fingern brechen! Was zur Hölle? Komm, komm! Die Polizei hat es nicht gesehen. Wunderbar. Wunderbar. Diese Zigaretten sind nicht schlecht genug. Ich mag einen Raspen in meinem Troll. Ja. Es ist ein Lofz in die Troll, ne? Ja! Aber ich weiß nicht, wenn die Brücke ist, du bist! Du bist ein Cab-Driver! Hey! Hallo! Roman Bellic Enterprises! No, Mr. Bellic ist weg von seinem Office. Kann ich dir eine Message? Okay, great. Nein, ich bin kein Gay. Ja. Ich sage ihm. Car 7, head to South Slopes! Komm schon! Wo bist du, Mohammed? Hallo, Roman Bellic, South... Oh, shit. Fucking battery. Das ist Chaos! Capitalism ist ein Dirty Business. Ja? Wie war? Nicht genau. Nein, vielleicht nicht. Wenn du sagst mir genauer, was passiert? Ich werde dich nicht verraten. Ich werde dich nicht verraten. Wenn du Zeit hast. Da, ich habe Zeit. Eine Zeit. Kann ich helfen? Okay, ja. Go pick up mein Freund, little Jacob. Er ist ein guter Mann. Lass zu smoke ein bisschen. Look nach ihm. Er ist auf 8 Avenue in South Slopes. Nico, Mann. Wir sollten ein paar Mal sprechen. Ich bin ein guter Listener. Whatever, Mann. Mohammed! Mannheim mit weh defacka! Oh, Miss Weinstock! No, no. Not you. What can I do for you today? Ha! F*** 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 Was ist passiert? Was ist passiert? Was ist passiert? Was ist passiert? All right, brother. Forward to Dylan Street in Shatlock. You, Nico. The one man Roman been talking about all this time. Cousin Nico. Gonna help Roman take over the world and thing. I guess so. Respect, all right, all right. We're going to this spot where I need you to wait, boys. See it? We got to ask you another favor, too. Go for it. Can you take this piece? Hear anything bad going down? You come and help, side. Are you worried about this? I know how to use a gun if you want me to keep watch on things. Realness, brother. You're my man Roman's cousin. Thanks. Respect. These rascals that are ruckus with my brethren real bad man the other day. I want to make peace, but you don't know what type of shit they might pull off. All right. They be the spot up there. Watch out for any badness. Sure. Sure. Yeah. Sure. Yeah. Now it's here again. Okay. Yeah. So, Stucken. Ja. Oh, oh! There'll be another one Niko! Check him! Fuck from the bomb, come on! Das gab ja erstmal Munition, oder? Das ist mein Name, mein Quillen Kopf so. Oh, ja! Das war's. Ja, das ist. Ja, das war's. Roman, ich habe Jakob, wo er wollte. Driving für dich ist nicht so schlimm wie ich dachte. Jakob ist ein guter Mann. Watching Club drive mit Jakob würde nicht so schlimm. Danke, cousin. Ja, das war's. Ja, das war's. Ja, das war's. Ja, das war's. Ja... Ja... Ja, ich steh hier einfach mal so mit ner Wurm rum, das ist klar. Na komm, geh mir mal zu Vlad. Schau mal, was er zu tun hat. Entschuldigung! Entschuldigung! So, Ivan, ich sehe dich später, okay? Joko, Fetty Roman's cousin. Was ist dein Name? Big Mouth Prick. Sehr gut, sit down. Cousin... Nico. Das ist es, Nico. Nicht Big Mouth Prick. Du bist lustig. Ich versuche. Ja, und diese, ich lasse dich aus mir zu nehmen. Das? Ja, Michebel. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Ah! Die Leute, die mit mir schreien, schreien sie mit! Okay, gut. Calm down! Whatever! Echt altes Menschen, die mir schreien. Und ich bin kein Typ einer Person, der sich so behandelt. Ein altes Bastard, in der China, in der Camptons Avenue, in Dukes. Hier geht's. Nicht zu ihm. Nur lege ihm eine Lehre. Ich brauche keine Lehre für eine Lehre. Sollen wir mal wieder jemanden verkloppen, ja? Okay. Haha. Das hat wohl mit dem Navi was zu tun. Dieses... Ja? Was man abbiegen muss, oder wie? Hm. Das ist mir früher nicht so aufgefallen, aber oh Gott. Oh! Okay. Okay. Dann. Hey, lass uns essen. Du hast Vlade's Schutz Geld. Du hast Vlade's Schutz Geld. Du hast Vlade's Schutz Geld? Ich bin so Angst. Was ich von Vlade brauchen? Du denkst, diese Tür wird deine Shoppen zu retten? Ich kann hier rausgehen. Vlade solltest ich mich sagen, dass du wie du bist. Er hat keine Geld. Wenn du die hier rausgehst. Ich bin so glücklich. Komm mal, lass mich durch. Komm mal, lass mich durch. Tja. Dann gibt's hier wohl Steine, oder? Ich bin so glücklich. Komm mal, lass mich durch. Hören Sie mich durch. Tja. Tja. Dann gibt's hier wohl Steine, oder? Easy there. Tja. Tja. Was ist das? ja das war wohl mein easy auftrag und Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis dahin macht's gut oder besser.